Bitte einmal bei Rays melden, Donk-Gee! Boah! Der hat einen richtigen Linkstrall! Was soll ich denn machen? Guck mal, der mit dem Lastwagen da hinten! Was geht nicht? Ich stecke ihn nur fest! Michi! Es geht nicht! Muttensohn! Noch gar nichts! Guck du mal das Auto, ich fahre jetzt geradeaus! In die Mitte von der Straße stellen bitte! Bisschen weiter! Noch ein Stück! Bisschen noch! Noch fünf Schritte! Ja, bisschen noch! Keine Angst, da kann kein Auto kommen! Weiter! Weiter! Noch ein Stück! Ja! Bleiben Sie bitte genauso! Stopp! So stehen bleiben! Kleinen Moment jetzt bitte! Ah! 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 Ich habe noch nie gesehen, dass einer gegen eine Leitplanke fährt! Nein! Ich wollte durch den Zaun fahren, rauf springen und du stehst im Wasser alleine! Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr... Wer springt da raus? Dicke, bitte! Was passiert? Die Elie raus. Rafa, redest du noch? Wie, Junge? Wer bist du? Ich bin Raphael. Wer bist du? Wie heißt du überhaupt? Wie heißt du? Raphael. Wie alt bist du? Ich bin 20. Wenn du 20 bist, ist der Sohn von Sergio Mendes. Sergio Mendes? Jungs, seid ihr wieder oben? Was ist mit ihm? Hey, 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 hey! Was ist denn jetzt los? Was geht denn jetzt ab? Oh mein Gott! Ey, Poplin! Das ist ein Kärme. Das ist ein Kärme. Das ist ein Kärme. Nein! Ey, Poplin! Das ist ein Kärme. Neue, die dasselbe tun. Meinst du? Das ist ein Kreislauf. Verdammte Scheiße! Nein! Nein! Oh, Polizei! Sie blinden? Wer ist das denn bitte? Was hast du gerade gesagt? Ich bin am Handy, gar nicht. Ach so. Na gut. Haben Sie die Person am Handy gefragt, ob sie blinden? Ja, natürlich. Logisch. Falsch angerufen. Pass auf dich auf, Armando. Ey, nächstes Mal, wenn wir so einen Rammer haben... Du musst kurz riechen, warte, warte. Ich muss... Warte, warte, warte! Wir machen auf Kamera, auf Kamera! Jo, Leute, was geht? Jetzt filmen wir, wie Sergen auf Aleras Bett riecht. Oh, 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 oh! Und wie riecht's? Oh! Oh! Warte! Sergen, die brauchen auf Klo! Komm her! Du musst auf Tate... Auf gar keinen Fall! Äh... Ich glaube, die war kackt noch oder so. Warte, warte! Iiiii, warte, 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 warte... Ich, der hatte... Der hatte... Digga! Der hatte... Warte, 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 warte. Wie? Iii, der hatte nette Kackfuss aus, wenn man... Warte, geh mal weg! Ach du scheiße, Jungs! Der hatte Durchfall. Die... Aber es ist normal. Ey, sag' dir deine Zahnbürste benutzen. Was? Deine Zahnbürste benutzt. Ach, Mann, Auro, ich schmeiß die Maul wieder raus. Hast du meine Zahnbürste, komm, Mann. Nimm ich halt auch einen Taui. Frag ich jetzt immer die Maddox, ob die mal einen Euro haben. Ach, Bruder, mit einem Fahrrad. Digga, ich krieg hier doch gleich Herpes an meiner Eichel, Alter. Also jetzt hab ich aber alles gesehen. Von uns sind zwei Leute schon hier. Und wir holen die Webkits ab, schnell. Oh mein Gott. Entschuldigung. Den mal ins Ohr. Hola. Nein, 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 bitte wacke. Willst du wirklich? Ja. Soll ich das sagen? Ja, mach es. Anna, das ist dein Befehl vom Bisco mit Koi. Bleib stehen, Loco. Ich will stehen, bist du wirklich? Woher habst du immer gesagt, Daddy? Oh, du wille. Adios, Amiga. Er wollte das. Ich kann dir leider nicht mehr dazu sagen. Bis dato. Bis dato? Bis dato, ja. Aber dieser Plan, der wird... Ich werde sterben. Nein, nein, alles gut. Ja, was mit dem Plan? Dieser Plan wird... Waffenverkaufsstatten. Ähm, weiß ich gar nicht. Weiß ich echt nicht. Ich glaube aber, ähm... Ab, äh... Nix. Raphael, hab ich dir nicht gesagt, raus aus dem Haus? Ja, was denkst du über du bist, du Vogel? Äh, 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 äh! Äh! Raus! Raphael? Er hat auf mich gehört, alles gut, er hat auf dich gehört. Er hat auf dich gehört, alles gut. Raphael, Raphael raus! Untertitelung. BR 2018